4 willkommen zurück zu meinen Köln ich erinnere mich daran dass wir beim Hausbau stehen lieben sind um dort und steht noch weitermachen also klar manche Eisen und der Eisenschaufel ist ja nur ein Eisenbach und Boden muss es verlegen mit den Wänden anfang aber ich müsste auch 15 Minuten zwischen 10 und 5 ich gleich wieder sie wahrscheinlich auch schneller reden als ob die Zeit verschneiden 4 0 elektrisch und Ich weiß auch nicht, wieso. Okay, da noch. Ist da nicht, wir haben zu wenig. Das wird knapp, Leute. Das wird nicht reichen. Nee. Nein. Nein. Oh, nö. Ja, so bleibt der Boden jetzt wie immer. Ich gehe sicher nicht nochmal dahin. Oder? Ähm. Ähm. Ich trau mich nicht. Was tut das hier denn? Das ist ein extra Raum. Weiter geht's. Ich bin jetzt. Und... Oh, nö. Ich kann das alles mit der Hand abschlagen. um also um das liebste oder das ist es nicht siegt ihr dann ich werde jetzt doch da noch mal hingehen habe ich noch es ist es ist es ist ist ich habe nicht weiß nicht ob das nicht dann eben ließ ich glaube ich mir eben auspasst Gute Nacht. Schwein. Aber. Aber. Ich will. Oh man, ich brauch doch. Ich weiß schon wieder nicht, was ich. Eigentlich brauche ich erst mal essen. Dann würde ich zum Schneegebiet laufen. Okay. 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 Es kommt doch her. Ich weiß auch nicht mehr, wo das Schneegebiet reicht. Ich glaub da hin. Ich weiß nur, was ich grad für richtige FPS-Lex hat. Ich glaub mal, PC war auch wieder zu lang an. Das ist seit... ...zwei Wochen. Ach Gott, das ist all's zu viel. Nein, nein. Okay, dann würde ich... ...schönen... ...dainten, wieder hin. Aber... ...einig dessen. Essens wurde nicht. das 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 da machen wir uns mal auf den Weg abzunehmen Schneegebiet ja ich weiß nicht wo kann ich denn raus kann ich doch viel gehen das war der Masterbaum hier in der Mitte der da so auf voller Leine was ist das denn hier wieso leckt das so mann das war kein Leben das war extra so gegessen immer ein bisschen und jetzt was ist das lol ach und kaputt macht kaputt junge nice danke mehr wow wieso leckt das denn hoch hoch m m m m m m m m m wie viele Schafs der Leute ich mach das jetzt nicht das ist das ist klar zu können ich glaube zurück ich bin jetzt mal auf so ein Drecks Holzmann wieder kann es nicht direkt so neben uns alle vier alle vier Biome hier ist der Fluss Thomas der Fluss ist nicht so ein anderer oder so Uf 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 baldig hopp 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 yeah hopp okay Leute so hat das keinen Sinn da da stell ich mich mal so hier ran bis zum nächsten mal Leute tschüss